Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Heimkinerraum-Videonews. Mein Name ist Jörg Michels vom Heimkinerraum Trier-Luxemburg. Heute sind wir zu Besuch bei einem Kunden und möchte Ihnen gerne diese tolle Referenz präsentieren. In dieser schönen Wohnlandschaft ist ein komplettes Kino installiert. Glauben Sie nicht, wir werden es Ihnen präsentieren. Wir haben den Fernseher hier in diesem Durchgang versteckt. Das heißt, nur wenn ich den brauche, ziehe ich den hier raus. Und so haben wir den Fernseher auf unserer Hauptposition wunderbar, sichtbar und auch die Lautsprecher, die dazu gehören, die passen vom Soundsystem. Das ist eine schöne Lösung, wie wir diesen Fernseher hier in den richtigen Blickbereich reinbringen können. Und wenn wir es nicht brauchen, weg damit. Zusätzlich haben wir in diesem Durchgang hier auch noch unsere Leinwand integriert. Das heißt, wir können hier auch eine Projektion zeigen. Wir schalten hier einen Projektor ein und aus diesem Durchgang kommt die Leinwand rausgefahren und dann haben wir hier gleich richtig Kino. Hier haben wir nun unsere Projektion am Laufen. Wir haben ein klein bisschen abgedunkelt. Natürlich sollte man schauen, dass nicht direkt Sonnenlicht mit auf die Leinwand fährt. Nur hier war die Lösung auch so gewollt, dass Sie halt normalerweise auf den Fernseher schauen und Kinobetrieb, abends hat die Familie Zeit, schauen Sie hier schön Kino. Und das ist uns, denke ich mal, ganz gut gelungen. Vor allen Dingen ist es komplett unsichtbar. Die benötigte Technik ist hier in einem Sideboard installiert. Und zwar haben wir hier einen Verstärker, einen Plattenspieler, denn der Kunde hat auch noch eine große Plattensammlung, einen Technik-Satz, einen Satelliten-Receiver. Hier befindet sich der Funksender für den Epson-Projektor. Hier ist noch eine Playstation. Und noch ein DIST- und Kassettendeck, das aus der Hysterie irgendwie noch übrig geblieben ist. Die gesamte Technik ist halt in dem Sideboard hier drin. Und wir haben es bewusst sichtbar installiert. Der Kunde wollte das so sagen. Das ist meine Technik, die möchte ich auch gerne zeigen. Deswegen ist er auch nicht irgendwie mit Stoff oder so verblendet. Wie Sie sehen, haben wir in diesem Wohnzimmer ein waschechtes Heimkino installiert. Und zwar eine Duolösung, einen Fernseher, unsichtbar, der nur nach Bedarf rausgezogen wird, für normal Fernsehen zu schauen und dann das richtige Kino mit einer Projektion. Und es wird sehr intensiv von der Familie genutzt. Und wir würden so etwas auch gerne Ihnen anbieten. Dann kommen Sie doch zu uns in den Heimkino-Raum Trier-Luxemburg oder in einen Heimkino-Raum in Ihrer Nähe. Und dann schauen wir mal, was wir für Sie tun können. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017